Wir machen das zusammen hintereinander. Danke Matthias für die Einladung zu dieser interessanten Veranstaltung. Wir haben ja auch was von profitiert. Der Dreiviertel des Tages war für uns auch sehr interessant. Mein Name ist Michael Olbrich-Meyer. Ich bin beim Demeter Bundesverband zuständig für das biodynamische Fachwissen. Dazu gehört Verlag und ein bisschen Forschung, Beratung und eine kleine Akademie und werde gleich was sagen. Unseren Aufbau, wir teilen uns das und ich gebe mal weiter an dich, Christopher, zum Vorstellen. Danke, Christopher Brock bin ich und da wir nicht viel Zeit haben, nur ganz schnell. Ich bin seit 2016 Forschungskoordinator in Demeter e.V. Das heißt, ich bin Ansprechpartner für Forschungsfragen zusammen mit dem Team und probiere da Projekte zu organisieren. Ich war natürlich auch beteiligt dann letztes Jahr an diesen ganzen Fragen. Demeter und die Wissenschaft, wie steht das eigentlich zueinander? Und außerdem bin ich Mitglied im Vorstand vom Forschungsring, dem Forschungsinstitut der biodynamischen Bewegung. Gut, ich starte mal und zwar mit einer kleinen Vorbemerkung zum Thema Wissenschaft und Landwirtschaft, weil das eine ist, Landwirtschaft ist eigentlich eine Lebensform. Wer als Landwirt lebt, lebt auf seinem Hof oder in intensivem Miterleben der Natur. Und was wir heute eben unter Landwirtschaftswissenschaft verstehen, blickt meistens eben auch nur auf die naturwissenschaftliche Seite. Also ein Landwirt ist Gestalter und Verwalter von Ökosystemen und deswegen kommt es vor allem erstmal auf die Betriebsführung und Betriebsgestaltung an. Da schaut der Landwirt drauf und wir merken schon, da ist die Naturwissenschaft nur ein kleiner Teil von. Da kommen ganz andere Disziplinen und wissenschaftliche Erfordernisse, aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Einsatz, die wichtig sind. Und der vierte Teil meiner Vorbemerkung ist, heutzutage ist Landwirtschaft, zumindest in der EU, das ist Planwirtschaft. Nur, dass wir das auch mal als Prämisse gehört haben. Biologisch Dynamisch hat vor demnächst 100 Jahren angefangen, 1924, mit acht Vorträgen von Rudolf Steiner. Die erläutere ich Ihnen nicht, die kann man nachlesen, wurden auch gerade frisch neu aufgelegt. Aber interessant war, dass nach dem dritten Vortrag die Anwesenden gleich einen Versuchsring gegründet haben, um eben das, was Steiner, da hat er erst drei gehalten, in die Welt bringt, eben zu untersuchen und zwar wissenschaftlich zu erproben. Und daran will ich anknüpfen, weil die Aussage ist, biodynamisch ist eigentlich Forschung von Anfang an. Und das erste war die Präparate. Steiner hat ja in seinem Kurs sowohl sehr Handfestes gegeben, die Präparate mussten also erprobt werden, aber er hat auch Ideen oder Bilder verbreitet, Landwirtschaft als Organismus. Wie sollen wir das denn jetzt verstehen als handfeste Landwirte? Also in diesem Spannungsfeld zwischen Ideen, Bildern und konkreten Anweisungen waren eben die damaligen Zuhörer, die größtenteils Landwirte waren oder Gutsverwalter, gefordert. Vielleicht noch als zum Entstehungsmoment. Steiner war ja kein Landwirtschaftswissenschaftler, das werden wir immer gefragt. Ja, wie kommt denn so einer jetzt dazu, was über Landwirtschaft zu erzählen? Er ist ja kein Bodenforscher, kein Agrarwissenschaftler. Und da muss man wirklich sagen, das hat Jens glaube ich eben angedeutet, dass es eher intuitiv hergeleitet ist aus dem tiefen Verstehen von Naturvorgängen. Und es sind wirklich Anregungen, die er versucht hat zu schöpfen aus seinem Naturverstehen und aus dem, was er an Bildung mitgebracht hat. Also es ist keine universitäre Herleitung von so müssten wir jetzt Landwirtschaft machen, weil das oder jenes Problem besteht. Und so ist biologisch-dynamisch auch weniger eine Problemlösung, als eher eine neue Art der Landwirtschaft, die natürlich bestimmte Aspekte der Weltentwicklung und damit schon auch der Naturveränderung ins Auge fasst. Also am Anfang stand die Erprobung, wie geht das, die Ausarbeitung, wie richten wir Betriebe ein mit Hecken, mit Wald, mit Obst. Es stand die Saatgutzüchtung am Anfang und es war letztlich in dieser Ausarbeitung eine Art Praxisforschung. Später kamen in den 30er Jahren Betriebsvergleiche dazu und auch erste Versuche dazu, wie wirken jetzt eigentlich diese von Stein her gegebenen Präparate, bis hin zu, kann man das messen mit feinen Wirkungen. Es gab Qualitätsbeurteilungsgrundlagen wie mit bildschaffenden Methoden, diese ersten Verfahren von Pfeiffer, Colisco, Sellavri. Das ist so die Vorkriegsphase. In den 50er Jahren wurde das Institut für biodynamische Forschung gegründet, heute Forschungsring, wo es eben dann auch Feldversuche, Exaktversuche und neben den Praxis- und Erprobungsversuchen eben jetzt konkrete, handfeste Wissenschaften, Statistiken und allem drumherum gibt und gab. Und da war vor allem das Qualitätsverständnis, wie müssen wir denn verstehen, was ist denn eine Pflanze, was ist das Produkt, was wir da haben und was haben die biodynamischen Maßnahmen damit zu tun. Aber eben auch Anbaufragen, Rhythmen. Hat der Mond was mit dem Wachstum von Pflanzen zu tun? Was ist gesundes Saatgut? Bis hin zu heute, wie können wir denn als Menschen, als Konsumenten wahrnehmen, was eine gute Lebensmittelqualität ist? Stichwort Wirksensorik. Vielleicht nur mal so weit aufgemacht, worum es eigentlich ging. Also es gab verschiedene Verfahren von, sag ich mal, Laborversuch, Kompost, mal in der Kiste rotten lassen und messen, was passiert, bis zum Feldversuch und Langzeitdüngungsversuch über viele, viele Jahre, verschiedene Flächen verschieden behandelt. Was kommt dabei heraus? Und wenn wir darauf gucken, wer forscht da eigentlich, ist es zum einen eben der Forschungsring, es forscht aber auch die Sektion für Landwirtschaft, es gibt viele Kooperationen mit Universitäten oder sogar Bundesinstituten wie der Biologischen Bundesanstalt, die heißt heute anders, und es gibt in der Forschungscommunity der Biodynamischen aber auch freie Forscher, also Menschen, die sagen, die Frage interessiert mich, ich will jetzt wissen, kann man biodynamische Präparate auch homöopathisieren oder potenzieren, zum Beispiel. Und in dieser Mischung entsteht eben in der biodynamischen Gemeinschaft auch eben die gemeinsamen Forschungsgedanken, wiewohl sie eigentlich immer individuell ergriffen werden müssen. Wenn wir kurz schauen, wie relevant war das denn eigentlich, wir können ja schon auf eine Zeit zurückblicken, habe ich eben schon gesagt, eigentlich ist die Fragestellung im Biodynamischen intrinsisch, das heißt es ist nicht als Problemlösung auf die Probleme, die wir heute in die Landwirtschaft sehen, gedacht. Arten sterben, deswegen hat Steiner nicht den siebten Vortrag im landwirtschaftlichen Kurs gehalten, hat einen ganz anderen Kontext. Oder Nitratproblematik, auch das ist nicht die Zielrichtung der biodynamischen Landwirtschaft, wie sie ausgearbeitet ist. Aber sie hat Effekte, positive Effekte in solchen Fragen, die heute für die Landwirtschaft relevant sind. Und sie hat auch neue Methoden der Qualitätsfeststellung eingebracht. Ich habe eben schon methodisch einiges gesagt, von der Erhebung bis zum Labor, vom Topfversuch bis zum Praxisversuch. Und die Parameter reichen eben von klassischer Naturwissenschaft, ich gehe einfach was messen, sei es den Zuckergehalt in der Pflanze oder die Wurzellänge, bis hin zu Annäherung an das, was das Lebendige sein könnte, nämlich eigene Methoden, um zum Beispiel festzustellen, lagern die Lebensmittel länger, sind die länger haltbar, verrotten die schneller, wenn ich die mal in den Keller lege, meine Möhren? Oder sind die biodynamischen Möhren irgendwie anders an der Stelle? Oder kann ich über ganz andere Methoden, Sie alle kennen diese Kupferkristallisationsbilder oder Steigbilder, also kann ich über bildschaffende Methoden aus den Pflanzenauszügen etwas feststellen, was auf qualitative Unterschiede hinweist. Oder neueste Methode, Bildekräfte-Wahrnehmung, kann ich über die Wahrnehmung, über sozusagen meinen Körper als Resonanzorgan etwas wahrnehmen an den Lebensmitteln oder an den Gegebenheiten eines landwirtschaftlichen Betriebes, wo es um Naturprozesse geht, die sich vielleicht in mir spiegeln. So fahre ich vielleicht zur Methodik und dann würde ich schon übergeben an Christopher. Gut. Wir hatten gedacht, dass ich jetzt weitermache und mich so ein bisschen der Frage widme, also Demeter und die Wissenschaft ganz aktuell. Wie steht das zusammen? Wie forschen wir bei Demeter und im Forschungsring? Und ich möchte vielleicht anfangen damit, also ich bin nicht über die Anthroposophie zu Demeter gekommen. Ich bin auch nicht auf einer Waldorfschule gewesen und ich würde auch heute mich nicht als Anthroposoph bezeichnen. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil ich einfach wahrnehme, wie viel Verständnis und Wissen und so dazugehört, dass ich einfach das Gefühl habe, da muss ich noch viel, viel mehr mich mit beschäftigen, bis ich wirklich sagen kann, also bis ich beurteilen kann, ob ich sage, ja, also ich bin auch Anthroposoph oder nicht. Aber ich bin natürlich dem ganzen Gegenüber sehr interessiert und habe angefangen, zumindest mich damit auch ernsthaft auseinanderzusetzen. Und das ist, denke ich, der wichtige Punkt. Also ich bin zu Demeter gekommen, weil ich Ökolandbauforscher bin, Bodenkundler, habe an der Uni Gießen lange gearbeitet, geforscht, promoviert, auch ganz hart materialistisch letztendlich. Und ich habe aber dann festgestellt, zum einen, ich möchte gerne wirklich nicht in diesem Akademia-Elfenbeinturm arbeiten, sondern ich möchte mit und für die Praxis arbeiten. Und dann habe ich, als bei Demeter diese Stelle ausgeschrieben wurde, Bioland hatte das davor gemacht, und dann habe ich gedacht, Mensch, Demeter, das ist doch eigentlich toll. Das ist doch der Verband, der entspricht so meinem, gar nicht anthroposophisch, sondern als harter Wissenschaftler geprägten Bild vom Ökolandbau, wie ich ihn gerne haben möchte. Vielleicht auch noch, weil ich ein bisschen auch Geograph bin, bin vom Studium her und mich eben, hatte ich eben schon mal gesagt, mit Traditional Ecological Knowledge und so befasst hatte. Das heißt, auch so Strukturen, die nicht nur auf ganz groß und effizient und sowas ausgerichtet sind, die haben es mir schon immer angetan und ich sehe da auch viele Vorteile drin. Das heißt, ich bin zu Demeter gekommen sozusagen, weil ich überzeugt war von der Sache, wie dort Ökolandbau betrieben wird. Und natürlich auch mit einem gewissen Interesse daran oder einer Sympathie dafür, dass die Landwirtschaft nicht eben, da die Welt nicht nur rein materialistisch als Materie wahrgenommen wird, sondern dass da auch anders rangegangen wird, dass bei Sachen nicht immer erst nur gefragt wird, ist das jetzt effizient und muss das genau so, steht das nur in einem Paper, ist das ganz wissenschaftlich belegt, das funktioniert sowieso nicht, sondern dass da auch also quasi mit einem Bild, was wollen wir eigentlich von der Landwirtschaft und wie nehmen wir das so wahr, dass all das eine Rolle spielt. Also das heißt, als erstes zu Demeter und Wissenschaft, man kann wunderbar als überhaupt nicht anthroposophischer Wissenschaftler von der biodynamischen Landwirtschaft überzeugt sein und dann dahin kommen und erst dann langsam auch wirklich sich mehr mit den Inhalten befassen. Dann ist ja das zweite, also gerade im letzten Jahr kam dieses Thema ganz stark auf, ja Demeter und die Wissenschaft, das ist doch unwissenschaftlich, was ihr da macht mit euren Präparaten und all sowas. Da muss man jetzt eins sagen, natürlich gibt es Behauptungen aus dem Verband heraus, wo man als Wissenschaftler sich so ein bisschen windet und vielleicht denkt, jetzt trag doch mal nicht ganz so dick auf. Das gibt es aber überall. Das ist nicht anders, wenn es darum geht, damals die reduzierte Bodenbearbeitung, wie toll die Humus aufbaut oder auch heute, wie manche Betriebe angeblich, ich habe zwölf Jahre zu Humus geforscht und ich kann auch nur manchmal den Kopf schütteln, wenn dann jetzt außerhalb des Biodynamischen manchmal gesagt wird, wie toll man Humus aufbauen könne. Also es gibt viele Claims, auch außerhalb des Biodynamischen und die darf man auch machen, aber eben vielleicht nicht als Wissenschaftler. Und da finde ich es auch wichtig, ein bisschen zu trennen. Der Verband, die Marktabteilung, die PÖ, natürlich dürfen die auch mal Statements machen, die man nicht gleich in einem peer-reviewenden wissenschaftlichen Journal publizieren kann. Das dürfen alle. Und das wäre auch schlimm, wenn nicht. Und unsere Aufgabe als WissenschaftlerInnen ist es nun aber zu sagen, gut, unser Ansatz ist eben anders. Also wir müssen wirklich prüfen, wir müssen auch skeptisch sein und wir wollen also Wege finden, wie wir eben tatsächlich neues Wissen schaffen, wie wir zu Erkenntnissen kommen. Und ja, und dabei gibt es dann wieder verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Das eine ist natürlich, ist der biodynamische Landbau aus der Anthroposophie heraus entstanden und das heißt, dort sind bestimmte Annahmen schon sozusagen in den Grundzügen, die erstmal mit dem naturwissenschaftlichen Weltbild also zwar zusammengehen, aber darüber hinausgehen. Also ich sage immer, die Naturwissenschaft oder die materialistische Welt, die ist für die Anthroposophie ja im Ganzen verständlich. Bloß ist das anthroposophische Weltbild eben für die Naturwissenschaft nicht im Ganzen verständlich im Moment. Das heißt, es geht darüber hinaus. Und da beginnt natürlich der Punkt. Denn wir wollen ja zum einen, wenn wir eine Wissenschaft machen, die nicht nur auf interne Problemlösungen geht, sondern wo wir auch der Gesellschaft außerhalb der biodynamischen Community was vermitteln wollen, dann wollen wir ja anschlussfähig sein und dann wollen wir sagen, gut, in dem Fall müssen wir mit Methoden arbeiten, die für euch auch dann verständlich sind, wenn ihr jetzt nicht euch auch zum anthroposophischen, also irgendwie mit dem anthroposophischen Weltbild befassen wollt oder so. Also es ist eine legitime Forderung aus der Gesellschaft heraus zu sagen, hey kommt, ihr müsst uns das schon auf eine Art und Weise vermitteln, dass das für uns auch verständlich ist und nicht uns was erzählen, wo wir dann, also wenn wir nicht das eigene Evidenzerlebnis haben, entweder glauben müssen oder nicht glauben müssen. Also das ist legitim und das tun wir auch. Der Großteil der Forschung zum Biodynamischen bedient sich ganz streng naturwissenschaftlicher Methoden. Das war schon immer so und das ist bis heute so, weil das einfach eben Methoden sind, die sind zum einen erprobt, die haben auch große Vorteile. Ja, also das ist ja auch gar nicht so, dass wir die in irgendeiner Form ablehnen und auch wieder, wenn man zu den Anfängen zurückgeht, auch bei Steiner steht nicht, ihr sollt die Naturwissenschaften ablehnen und was anders machen, sondern im Gegenteil, ihr sollt die anwenden. Und das tun wir auch, weil die ihren Sinn haben und total wertvoll sind, aber dann überlegt zum einen, welche Schlüsse ihr zieht und zum zweiten, guckt mal, ihr müsst vielleicht auch noch darüber hinausgehen. Und das ist doch wunderbar, also wir bedienen uns dieser naturwissenschaftlichen Methoden und soweit müssten wir doch eigentlich auch sehr gut eben mit der nicht-biodynamischen Gesellschaft kommunizieren können und brauchen uns da auch in keiner Form zu verstecken. Natürlich ist es schwierig, wenn es jetzt an sowas wie die berühmten Präparate geht, wo ja die Wirkung eben nicht in erster Linie im Materiellen liegt. Andererseits ist es ja schon so, dass eben auch alles, was auf einer angenommenen, – ich sage das jetzt extra so, weil ich als Wissenschaftler spreche – auf einer angenommenen geistigen oder Lebenskräfteebene sich abspielt, dass das ja auch irgendwie einen Abdruck im Materiellen hat. Also das ist ja nicht losgelöst voneinander. Und das heißt, wir suchen ja in der Forschung eben diese Punkte, wo wir sagen, gut, also da nehmen wir jetzt an, dass an dieser oder jener Stelle etwas passiert, was wir auch mit Methoden zum Beispiel der Naturwissenschaftlichen Forschung zeigen können. Und natürlich kann man bei Lebensmittelqualität da zum Beispiel sich überlegen, also wie ist das denn jetzt mit den wertgebenden oder wertmindernden Inhaltsstoffen? Das ist ja so die Einteilung in der klassischen Lebensmittelwissenschaft heutzutage für Lebensmittelqualitätsbeurteilung. Und dann kann es schon sein, dass man sagt, naja, also da gibt es vielleicht bestimmte Vitamine, das kann unterschiedlich sein von Kultur zu Kultur, wo wir das Gefühl haben, also hier könnte sich jetzt etwas ändern, weil der ist also für die Gesamtqualität dieses Salates oder was so wichtig, dass eigentlich müsste sich da doch etwas ändern. Und tatsächlich ist es auch so, es gibt in der Tat noch viel zu wenige Studien. Einfach deshalb, weil jetzt im Vergleich zur sonstigen Wissenschaft natürlich sich viel weniger Leute mit der biodynamischen Forschung befassen und deswegen gibt es natürlich auch weniger Studien. Trotzdem ist, also gibt es sehr viel, also es ist relativ wenig, aber absolut ist es schon einiges. Und seit, ja, vielen Jahren, aber besonders so seit den 2000er Jahren hat das angefangen, dass tatsächlich auch Arbeiten zu biodynamischen Forschungsthemen in klassischen wissenschaftlichen Journalen erscheinen. Das heißt, eins ist vielleicht auch ganz wichtig festzuhalten, wenn man so außerhalb des wissenschaftlichen Bereiches das Gefühl kriegt, also Demeter, die werden ja gar nicht ernst genommen in der Wissenschaft. Da würde sich kein Wissenschaftler mit beschäftigen, keine Wissenschaftlerin, das ist falsch. In der wissenschaftlichen Community, auch in der naturwissenschaftlichen, können wir ganz gut auftreten, weil wir ja auch WissenschaftlerInnen sind und weil wir, solange wir auf der Ebene bleiben, dass wir sagen, guck mal, wir reden über die Dinge, wo wir die gleiche Sprache sprechen, also da ist das gar kein Problem. Das heißt, das Problem ist tatsächlich eher außerhalb der wissenschaftlich gebildeten Community, wo dann eben gesagt wird, ja, also das passt ja gar nicht zusammen, weil eben, wie gesagt, die Wissenschaftler entsprechen tatsächlich zumindest ein Stück weit die gleiche Sprache und können sich wunderbar darüber austauschen. Wenn ich dann sage, also ich habe einen Versuch gemacht, guck ihn der an, hier kann man wirklich sagen, der Unterschied hier bei meinen Salaten, das waren nur die Präparate, ja, nein. Und jetzt habe ich hier gemessen, da sind auch Unterschiede und statistisch kann ich das auch sehen, dann wird kein WissenschaftlerInnen sagen, das stimmt gar nicht, weil das geht nicht. Also wenn das dann eben wirklich aufzuzeigen ist, dass da ein Effekt ist, dann nimmt das jeder hin erstmal und kann höchstens sagen, naja, aber irgendwie diesen Wirkmechanismus der Präparate, das kann ich ja doch nicht glauben. Ist okay, muss auch niemand. Aber erstmal, den Effekt kann man ja so hinnehmen. Und dann ist es die eigene Entscheidung und man sagt, ja, und jetzt möchte ich, also ich finde das spannend, ich möchte mich da weiter mit befassen. Oder ob man sagt, an die Präparate, jetzt vielleicht jemand anders, ich nehme das wahr, schön ist nicht so meins, ich habe da ein ganz anderes Thema. So. Aber, also es gibt Arbeiten, wo wir auch auf der materiellen Ebene Untersuchungen anstellen können und dann eben Effekte zeigen können. Bei den Präparaten ist es natürlich am schwierigsten, ist schon klar. Also, weil sie eben auch vielleicht am wenigsten diesen Abdruck im Materiellen haben sollen. Es gibt inzwischen viele Studien, die auch Präparate-Effekte zeigen, ganz unterschiedliche Effekte bei ganz unterschiedlichen Kulturen. Aber ja, da ist wirklich noch viel zu tun. Vor allen Dingen, weil wir eben zugeben müssen, dass wir zumindest im Materiellen diesen Wirkmechanismus noch nicht beschreiben können. Möglicherweise sind die Mikroorganismen quasi die Träger, auch des Geistigen letztendlich über die Präparate, wenn man so möchte. Also das, was sich im Materiell und Biologischen abspielt, das könnte so über die Mikroorganismen laufen in Form von so einer Art mikrobieller Informationsübertragung, Priming, sowas. Vielleicht ist da die Brücke, wo man in der Sprache der modernen Naturwissenschaft irgendwie dann diese Brücke findet und feststellt, ach, so läuft das mit den Präparaten. Im Moment ist es noch wissenschaftlich gesehen eine Blackbox. Aber es sind Effekte festzustellen. Und das auch wirklich bei ganz klassischen Analysen zum Teil. Dann gibt es ja Methoden, die für uns sehr wichtig sind, eben diese Kupferchlorid-Bilder, über die sich ja auch schon in bestimmten populärwissenschaftlichen Sendungen lustig gemacht wurde. Das wäre ja alles hokus pokus. Also es gibt inzwischen mehrere Beiträge in wissenschaftlichen Journals, wo Ergebnisse solcher Untersuchungen publiziert sind. Und auch da kann man nur sagen, also wenn in einem wissenschaftlichen Journal so etwas publiziert wird, dann hat die wissenschaftliche Community da quasi ihren Segen zugegeben, hat gesagt, das geht da durch ein Qualitätssicherungssystem, wo andere sich das angucken und dann sagen dürfen, ich verstehe es, ich verstehe es nicht, mach nochmal was. Relativ rigide, je nachdem. Natürlich kommt es auf die Leute an, die es machen. Aber es sind mehrere Publikationen inzwischen. Das heißt, wir können auch als WissenschaftlerInnen gegenüber anderen NaturwissenschaftlerInnen durchaus mit Ergebnissen dieser Kupferchlorid-Bilder argumentieren. Ja, weil wir können sagen, doch, doch, die Methode, die ist wissenschaftlich anerkannt. Das ist nicht was, was irgendwie nur die Demeters so machen. Und natürlich muss man dann sehr vorsichtig sein und sich nochmal überlegen, also was sagen diese Bilder denn wirklich? Da gibt es tolle Arbeiten von Jürgen Fritz aus Kassel und so und Paul Dösburg, die dann gesagt haben, okay, also Reife, das kann man wirklich sehen. Das können wir zeigen, das unterschiedliche Reife von Früchten jetzt und Trauben insbesondere, dass man da wirklich das sehen kann. Also wenn die Trauben also frisch und knackig und gut sind, dann haben die ein ganz anderes Bild, als wenn das dann so im abbauenden Stadium ist. Und das kann man nun wirklich sagen, also das kann man zeigen, das ist auch naturwissenschaftlich nicht zu bemängeln. Und solche Methoden sind für uns eben ganz wichtig. Da gibt es natürlich andere, Michael hat es eben angesprochen, wie die Bildekräfte oder so, da wird es schon schwieriger. Das kann man jetzt im Moment vielleicht auf einem Kongress mit NaturwissenschaftlerInnen noch nicht ganz so vermitteln. Und spätestens jetzt könnte man sagen, ah, da haben wir es doch, die Demeters, die machen ja doch so unwissenschaftlichen Kram. Aber, da ist es nun so, eigentlich ist das Wichtigste in der Wissenschaft erstens, dass man genau beschreibt, was man macht. Und dass man genau beschreibt, was dann dabei rauskam und dass man dann genau sagt, wie man zu seinen Schlüssen kommt und welche Schlüsse man zieht. Und wenn man das nachvollziehbar darlegt, dann kann man das zur Diskussion stellen und dann ist das auch korrekt soweit. Und jetzt kann man natürlich bei bestimmten Methoden sagen, naja, also diese Methode, die kann ich jetzt noch nicht so darstellen, dass sie für dich ganz nachvollziehbar ist, weil du kannst mir immer sagen, Bildekräfte zum Beispiel, das ist ja so subjektiv, also das kann ich dir nicht ganz glauben. Gut ist okay. Dann muss man vielleicht in die Richtung noch weiter arbeiten. Trotzdem möchte ich auch da sagen, ich finde es völlig legitim, dass wir zum einen sagen, wir wollen gegenüber uns selber, aber auch der weiteren Gesellschaft mit Methoden arbeiten, mit denen wir anschlussfähig sind und sagen können, wir sprechen die gleiche Sprache. Es ist aber auch legitim, dass wir gerade, wenn wir für Problemlösungen in der Gemeinschaft arbeiten, dass wir sagen, okay, hier wenden wir auch Wege an, die uns zum Beispiel aus der Anthroposophie aufgezeigt werden als Erkenntnisweg und die für uns wichtig sind, um zu Ideen, zu Impulsen zu kommen, um vielleicht auch Entscheidungen zu treffen, all dies. Ja, und wir wenden die an, weil wir in unserer Gruppe quasi den Konsens haben, dass wir sagen, naja, also wir haben schon das Gefühl, dass das geht und dann ist das legitim, weil wir zwingen niemanden auf, das zu glauben oder nicht, sondern wir können das ja sagen, wir können das anbieten. Und wenn in der Gemeinschaft, und das ist ja so, die Bildekräfte-Wahrnehmung eine gewisse Rolle spielt, dann ist das doch gut so. Und niemand aus der naturwissenschaftlichen Riege sozusagen ist jetzt dazu gezwungen zu sagen, okay, ich erkenne das an. Ne, muss ja doch nicht. Aber wir können das doch nutzen, im ganz Praktischen, für die Problemlösung. Das ist so ein bisschen wie, ich komme nochmal darauf zurück, also traditional ecological knowledge, ich sage es jetzt nochmal, weil das ist ja ein anderer Vortrag. Also wenn man sich in der Zusammenarbeit mit Kulturen irgendwie, also bäuerlichen Kulturen in Südamerika oder sowas, da gemeinsam in Projekten mit Problemlösungen, mit praktischen Problemlösungen befasst, dann war das ein ganz moderner Ansatz und ist immer noch zu sagen, wir können mit verschiedenen Wissenssystemen da rangehen und zu einer Lösung kommen. Und das erfordert nur, dass man sich gegenseitig erstmal anerkennt und wertschätzt, aber nicht, dass man sich gegenseitig unbedingt überzeugt. Ja, und von daher muss man trennen. Natürlich müssen wir, wenn wir außerhalb der biodynamischen Gemeinschaft vermitteln, müssen wir eine Sprache sprechen, die dort auch verstanden wird. Und das tun wir. In vielfältigen Untersuchungen, das ist sogar die Basis. Also die überwiegende Mehrheit der Forschung, die wir tun, ist streng naturwissenschaftlich. Aber wir wenden für die Problemlösung in der biodynamischen Gemeinschaft eben auch den Erkenntnisweg an, der sich uns zusätzlich aus der Anthroposophie ergibt und der vielleicht eben noch nicht diese Anschlussfähigkeit hat, aber der eben wertvoll ist für diese Arbeit, für die Problemlösung, für die Erkenntnisfindung. Und wo, wir haben es heute mehrfach gehört, wir bis jetzt noch nicht den Beweis erbringen können, naturwissenschaftlich, wie das denn alles zu sich geht, weil das der Naturwissenschaft dem Ansatz von der Methode her gar nicht zugänglich ist. Und das müssen wir erstmal anerkennen. Und das ist dann eben eine andere Form von Wissenschaft. Wir hatten es heute mehrfach, die eben, also man könnte jetzt sagen, die Naturwissenschaft erweitert oder vielleicht auch daneben steht, aber auf jeden Fall, die auch legitim ist. Es geht ja hier um eine praktische Problemlösung in der Landwirtschaft. Und im Endeffekt kommt, gerade beim Demeter-Landbau, um wieder zurückzukommen an den Anfang, kommt eine Form der Landwirtschaft hinaus, die ein sehr großes Potenzial hat. Und das wird übrigens heute auch in vielen Systemstudien, wo es völlig egal ist, ob Präparate angewendet werden oder nicht, in Systemstudien, die sich mit ökologisch gegenüber, also biodynamisch gegenüber, organisch-biologisch gegenüber, konventionell oder so befassen und heute auch schon viel differenzierter als diese Plattengrobunterteilung, da kommt immer wieder raus, dass einfach die Art, wie biodynamische Betriebe organisiert sind, ein sehr, sehr großes Potenzial für die Nachhaltigkeit hat. Und allein das, finde ich, ist auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Ich höre gleich auf, danke, dass du auf die Uhr kommst. Eine ganz wichtige Erkenntnis, wenn es jetzt darum geht, ja, also ist Demeter denn jetzt im Ganzen wissenschaftlich und wenn nicht, ist das denn jetzt gleich womöglich eine Gefahr für die Entwicklung des Biolandbaus, wie auch schon mal bemerkt wurde oder behauptet wurde, dann kann man nur sagen, guckt euch doch mal an. Also selbst wenn ihr nicht mit allen Methoden übereinstimmt oder mit den anthroposophischen Grundlagen des Biodynamischen, aber guckt euch doch mal an, was dabei rauskommt. Und da kommt wirklich sehr, sehr viel raus, was ganz handfest nachzuweisen sehr, sehr wertvoll ist. Und also diese Punkte finde ich wichtig. Wir machen Forschung, wo wir der Gesellschaft etwas vermitteln wollen und wir machen Forschung, wo wir zu Problemlösungen innerhalb des biodynamischen Landbaus kommen wollen. Und das sind sozusagen unterschiedliche Zielgruppen und es ist gerechtfertigt, damit unterschiedlichen Ansätzen zu arbeiten. Und ganz am Schluss möchte ich vielleicht noch sagen, die Probleme in der biodynamischen Bewegung sind natürlich jetzt nicht völlig losgelöst von denen bei anderen Ökolandwirten oder Landwirtinnen. Das heißt, wir arbeiten auch sehr viel zusammen und wir arbeiten zum Teil an den gleichen Fragen. Also auch innerhalb der Ökobewegung ist da nicht die große Spaltung mit den Demeters im Marktbereich vielleicht ein bisschen mehr. Aber politisch, auf der politischen Ebene und auch auf der Forschungsebene ist das nicht so. Wir arbeiten sehr eng und sehr gut mit Bioland und Naturland zusammen, weil wir in ganz vielen Fällen natürlich als Teil der Ökobewegung genau die gleichen Probleme haben, genau die gleichen Fragestellungen. Und da können wir dann auch wunderbar gemeinsam Projekte entwickeln oder uns austauschen und uns gegenseitig weiterbringen. Und ja, also für mich persönlich ist es auch echt eine Bereicherung und total spannend, mich eben auch damit zu befassen, mit diesen Ansätzen von Wissenschaft, die über das Materielle hinausgeht. Aber mir ist es auch völlig klar und auch ein großes Anliegen, dass wir eben auch in der biodynamischen Land- und Lebensmittelwirtschaft also auf eine Art und Weise forschen, wo wir in den Dialog mit der wissenschaftlichen Community und der Gesellschaft treten können. Und ich glaube, das müssen wir uns auch nicht vorwerfen lassen, dass das nicht so wäre, sondern wir sind da auf einem ziemlich guten Weg. Vielen Dank.